Das ist nämlich für die Mantelfläche des Kegels, also das ist hier so, das da, genau, das da außen alles, ja, also nicht die Grundfläche, sondern das da außen. Und wenn ich jetzt hier mit der Schere den Kegel hier so aufsäge, ja, dann habe ich hier die Länge, die nenne ich S, so wie im Buch. Und was noch charakteristisch für diesen Kegel ist, ist da unten, das nenne ich R. Also der Radius von der Grundfläche ist ein, es hat den kleinen R und wenn ich eben mit der Schere hier diese blaue Linie aufsäge, bekomme ich so ein Kreissektor. Da mal ein bisschen kleiner, das ist ein, ja, eben nur der Teil von einem Kreis, also das S schaut dann irgendwie so aus. So, hier habe ich das S und hier habe ich das S und diese gelbe Mantelfläche ist nur der Teil, genau, und die brauche ich jetzt. Und die Grundfläche mache ich mal blau, die Grundfläche, wenn ich den habe, die hängt dann hier so dran, hast du das, ja. Das ist jetzt meine blaue Grundfläche, halt, zurück. Meine blaue Fläche mit hier mit klein r, mit diesem Radius. Und jetzt ist logisch, hoffe ich, dass, welche Farbe nehme ich, nehme ich mal lila, ja. Also das muss ja zusammenpassen, das heißt, diese Linie muss gleich lang sein wie diese Linie. Also die lila Linie ist einfach gleich, und die lila Linie ist links, der Umfang von dem kleinen Kreis U gleich 2rP-Kreisumfang. Und die nenne ich einfach B für Bogenlänge. Na, da ist die Frage, wie lange ist die jetzt? Also, ja, die sind hier gleich, genau. Und der ganze Umfang von dem schwarzen Kreis U gleich, ja, 2sp, weil das ist ja der große Radius. Und die gelbe Mantelfläche ist ein Anteil. Also ich habe hier einen riesigen Kreis, und von dem Kreis habe ich nur einen Anteil. Das ist also so wie beim Kuchen. Ich habe hier, ich versuche das zu erklären, ich habe hier so einen Kuchen. Und von dem Stück kriege ich leider nicht alles, sondern ich kriege von dem Stück nur diesen Bruchteil. Also zum Beispiel, das könnte jetzt hier so ungefähr ein Viertel sein. Und das könnte ich angeben mit dem Mittelpunktzwirkel oder sowas. Und wie bekomme ich jetzt hier das, also der gesamte Kreis, diese Kreisfläche? Das ist ja a gleich, also eigentlich, a ist ja eigentlich r²P, aber in dem Fall natürlich s²P, weil der Radius hier ist ja s. Also r²P ist für den Kreis, so allgemein. Und von dem s²P kriege ich nur so einen Bruchteil. Und da teile ich jetzt die Bogenlänge. Also ich vergleiche hier diese Bogenlänge mit diesem Umfang. Also vielleicht in Zahlen, wenn die... Ist die ein kleiner? Ich weiß, es ist... Also wenn die Bogenlänge z.B. 3 wäre und der Umfang wäre 10, wie viel bekomme ich dann? Ich bekomme 3 Zehntel von eben von diesem, von der Fläche. Ja, und wenn die Bogenlänge mehr wäre 7 und der Umfang wäre weiterhin 10, dann bekomme ich eben 7 Zehntel. Und deswegen vergleiche ich, mache ich den Bruch, ja, 7 Zehntel von a. Ich vergleiche den Bruch mit dem Umfang. So, und jetzt kommt der Ansatz. Also die Mantelfläche ist der ganze Kreis, also s²P. Und dann habe ich hier B durch, wenn wir umfang groß, ja, s gleich. Also B durch 2sP mal s²P. Und die Bogenlänge, das hatten wir hier, dieses Bogenlänge, das war ja der Umfang von dem kleinen Kreis. Das ist ja hier gleich. Also, ich weiß, Bogenlänge ist 2rP und in dem Fall wirklich dieses kleine r. Das ersetze ich jetzt. Mantel, ja, Mantelfläche gleich 2rP durch 2sP mal s²P. So, und da kürze ich jetzt einiges weg, die 2er und die Pi's und so ein S. Und dann habe ich die Mantelfläche gleich rsP. Die schreiben das als prs, das ist egal, prs. So, also die fertige Formel kann man schon auch einfach so in der Formelsumme nachgucken. Aber die mathematische Idee, die mir wichtig ist, ist diese Idee von diesem Kuchen. Also, die mathematische Idee ist, wenn ich zum Beispiel, so, also angenommen, ich gebe euch jetzt hier einen Winkel von 60 Grad. Wie viel ist dann das Blaue? Das Blaue ist 60 durch 360. Das ist der Anteil, ja, das was ich habe durch das Ganze mal und dann r²P, s²P, also eben der ganze Kreis. Oder ich gebe euch, so, hier sind wir, ich sage, dass das da hier sind, also die blaue Linie sind 7 Meter und der ganze Kreis sind 17 Meter. Und dann lautet das eben 7 durch 17, das ist der Anteil, dieser Bruchteil mal r², schön sauber, hier. R²P, ja, das ist euer, das ist dieses Blaue, die blaue Fläche. Ah, man nennt dieses Ding auch einen, wo steht ein Sektor? Hier, das ist der Kreissektor. Ich hoffe nicht zu chaotisch, das Ganze. Ich habe mir Mühe gegeben, ja. Ich hoffe nicht zu chaotisch, das Ganze.